Köln ist ja einer der zwölf Berliner Bezirke, eine Großstadt mit über 328.000 Menschen. 150 Nationen leben hier und es geht um die großen Fragen der Integration. Wie kann gutes Zusammenleben zwischen denen, die schon immer hier sind und denen, die neu in unsere Stadt und unser Land kommen, organisiert werden? Das ist ein Beispiel, wie Immigranten können, mit ihrem Energie, ihre Arbeit, ihre Kraft und ihre Kreativität, die ein Unternehmen ermöglicht, um andere Menschen in der Gemeinde zu entwickeln, um die Unternehmen zu entwickeln. Ein Unternehmen, wie ein T-Tipp, kann helfen, dass die Unternehmen nicht, dass die Lose Tarifte oder die Elimination der Tarifte, unless they raise their standard of manufacturing and raise their environmental protection and their consumer safety, worker safety protection. Hey everybody, how you doing? Nice to see you. Cesar. Cesar ist ein türkischer Name. Sein Gebärden Name ist Cesar. Er ist in Berlin geboren, hier im Kiez aufgewachsen, also im Neuköllner Kiez. Und er ist der Chef vom Kaffee, er betreibt das Kaffee hier. Er macht selber die Kuchen, Frühstücke, Quiche, und er fühlt sich hier sehr wohl und zu Hause. Und er möchte alle Leute willkommen heißen. Er ist sehr typisch von Neukölln, ein paar kleine Unternehmen, ein paar Kinder oder Kinder oder Kinder von Immigranten, oder Immigranten von Immigranten selbst, forming businesses. Und was eine Inspiration für ein Mann, der war deaf, der hat Probleme finden, ein Job zu starten, seine eigene Unternehmen und haben dieses Kindes. Es ist eine gute Lehren in das, in terms of the power of disabled people, of immigrants, to really add to and contribute to the culture of a place and to the economic vitality of a place. Es ist ein sehr kleines Museum. Es ist wunderbar. Es ist eine Wunderschöte. Ja. So, we can go inside. Immigranten, die hierher kamen, die hierher von Neukölln, 275 Jahre, wurden in Bohemia und Morabia wegen ihrer Protestanzer. Und so, der King hier gebt sie land, um die Häusche zu bauen, um die Herzen zu bauen, um die Farmlite zu bauen, um die Hörsen zu bauen. Was ist gut, ist, zuerstellen, die Tradition von den Immigranten, die hierher kommen. Und es ist ein guter Message zu jungen Menschen, über die Importanz der Tradition. Und es ist ein guter Message zu den neuen Immigranten, dass es ein Level von Acceptance in die Kultur und in die Gesellschaft gibt. Respect, ja. Die Pfarrer haben eine kurze Zeit nach der Kirche. Eine wirklich kurze Zeit nach der Kirche? Ja. Wie viele Familien leben hier? Comenos hat versucht, die Welt zu verbessern, hat eine allgemeine Parade und Verbesserung der menschlichen Dinge geschrieben und hat sich für die Menschenrechte eingesetzt. Und die Integration ist natürlich ein Stück. Das ist schön. Wer ist das? Das ist Domino. Ah! Look at that. Schön, dass Sie hier treffen. Ja, danke, dass Sie all das tun. Sie wissen, Dr. Grafria. Wir sind eine Mädcheneinrichtung, die geöffnet ist für Mädchen von 9 bis 18 Jahren, in Anführungsstrichen bis 25 Jahren. Wir haben mehrere Schwerpunkte, also fünf Schwerpunkte. Das ist Bildung, Elternarbeit, Gewaltprävention, Öffentlichkeitsarbeit und Menschenrechte. Wir mögen auch aktiv zu sein. Das ist das Besondere, denke ich. Also wir sind immer dabei, diesen Kiez besser zu machen. Immer weiter uns hier zusammenzuentwickeln. Und das finde ich so schön daran. Ja, und mit den anderen Einrichtungen hier im Kiez haben wir uns zusammengesetzt und ein bisschen erzählt, was für eine Arbeit wir leisten. Und das sehen, dass diese Frauen, die Frauen mit Frauen aus der Immigranten auswählen zu arbeiten, die diese Fische haben, die Probleme mit dem Verkaufnahme auswählen, die zu Beginn, die Fischeinrichtung von Frauen, die in den Ländern, die wir hier haben, und die Angst und Gefühle werden, dass diese Gesellschaft sogar mit ihrer eigenen Kinder können, die ihre eigenen Kinder, die diese Kulturen dauerhaft wird. Wir sind zusammen und arbeiten, um die Probleme zu lösen.